so jetzt läuft die aufnahme wieder so wir sind gerade spannend an kokainblätter am pflücken die werden wir denn nachher gewinnbringend verkaufen werden wir es dann schaffen wenn wieder abstürzt selbst schniefen mit seine fliegende präsidenten suite habe ich noch nicht verstanden ich würde auch ein paar nehmen ach so okay das ist halt wieder logisch aber erst wenn es gestreckt ist weil wir müssen dann noch zum prozessor da ist dann ein bisschen backpuffer bei menschen koppeln prozessor an pro post post wie sagt man auch nicht prozessor post ja halt einfach zum strecken er halt die backen mal junge was geht ab stock in der ist nicht auch gerne kannst du mal deine faust deinen arm bis zum handgelenk rein schieben also bis zum elmbogen das fände ich irgendwie sammelt er bei mir komisch sammelt er jetzt oder sammelt dann ja wenn er mal fertig ist da dann steht um links versucht zu also inventar voll oben rechts und links steht dann immer guck mal drückbar t nicht tz da müssten rechts kokainblätter ich vier neuen ja mehr kannst du nicht also er sagte aber nichts ja oben links doch oben links das geht ja nach der zeit weg eigentlich beim sammeln aber das ist dann dauerhaft sammeln da oben links links von dir aber da steht wirklich ein bisschen schon gut getarnt eigentlich hinter dem busch gerade mal nur die olle positions leuchte blinken position 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 ja 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 mama du mir ja du mich auch wie viele frames hast du im moment gerade 44 ich habe 19 obwohl ich nehme auch nur auf okay dann habe ich auch nicht mehr als 25 hatte dann nehme ich jetzt auf dann habe ich 29 also auch drastisch auch schon drastisch runter diese guck mal dann zum schluss wenn voll ist steht ganz links oben sammel kokain dauerhaft das geht da nicht mehr weg hier wo steht er wenn man halt noch nicht oft hier warne ich bin ja schon geschäftsmann im drogenbusiness da kennt man sich schon aus mit dem busch dem richtigen oh yes wenn oben links das fällt immer weg geht kokain sammeln sammelt dann noch wenn das dauerhaft bleibt ach so ja das ist nur allerdings meiner anzeige so halb drüber von black law warum hast du nicht ganz oben links in der ecke da ist die ist ja ganz oben links in der ecke die ist nur groß ach so da ist halt frames und cpu und gpu und alle kerne und sonst habe ich alles aus das nervt das wird ja ach aber ist ja jeder so wie er mag ich habe oben links frame frames und ganz oben rechts die uhr und in der mitte ganz oben rechts und in der mitte ganz oben wie viel mb und wie lange man schon aufnehmen habe ich genau ziemlich genau mit ich des monitors da fast ja habe ich ja also ich meine auch hori und vertikal wie in der mitte von der von einem ganzen bildschirm hast ja dann liegt das war ein pläckler und nicht an den watu eingestellt doch ich habe dazu eingestellt warum was hatten mitten nehmen mitten im sichtfeld ja das hat einen ganz einfachen grund wenn ich zum beispiel battlefield jetzt zu spiele habe ich es direkt über dem fadenkreuz und da würde ich weil ich ja gerne mal vergessen habe die aufnahme taste zu drücken sie dann sofort verstehe jetzt leuchtet da dahin aber ich finde das echt geil gemacht was steht oder nicht ich finde es einfach echt geil gemacht dass die uhrzeit einblenden kannst du wie lange schon aufnimmst das ist schon echt top playclaw 5 ist gut katsching schön wert ja wie sieht es aus mit katsching wer hat es dir empfohlen ja dann stehst du falsch ja dann stehst du falsch das gleiche wenn du morgens dann deine schwindung dingels ruhig nie drauf rum wenn man im rücken angucken und das geht los ja dann siehst du zum schluss so eine verpuffung dann vorher ist ganz schön um flackern fackert das bei dir auch so ja ok flackern das feuer wohl so an sich ja bei mir geht das immer aus das flackern so komisch muss ich mal grafik einstellen und gucken aber nicht jetzt sonst sehen man die leute die es mal gucken ständig nur wie ich eine option rumgurke so wie bei sniper nenn ich nach einem sniper liete bei zombie army 2 am anfang sammle kokain was gibt es jetzt zu meckern dass ich zu blöd bin zu was denn jetzt wieder der lade dings in der mitte immer in der mitte von dem ding neben dem flügel der lade ist nichts zu verfehlen ich mache da noch einen gelben ich mache da noch einen riesengelben pfeil drauf ladestation hier ist der busch was ist das hier für ein busch ist das nicht der gleiche nein das kannst du nicht machen du musst immer einen ticken runterlaufen hier er rennt wieder chronisch zum falschen busch hättest du doch den heli einfach direkt in den busch aber dann rutschen wir doch in der runa der daniel der daniel strapaziert wieder alles was man strapazieren kann wenn du jetzt voll hast deinen rucksack kannst du schon mal einsteigen ich mache meinen rucksack schon mal voll weil da geht es mich voll jetzt oh oh hg horny schreibt juhu oh ne über steam ich will mitmachen oh ne kann er ja nicht bleib weg er denkt ja wir spielen am a3 beschreibt ihm wir spielen eigentlich das live dann gibt er direkt ruhe äh oh weil ich ich hab jetzt auch keine Lust auf den meckersack horny ich betone es nicht meckern ist ja nur spaß da wie da wie dumm 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 jetzt mach ich erstmal alle zu ok gut wunderbar ja jetzt geht's wieder ah hast du ihn geschrieben ja schön hast du weggemacht kumpane gib mal tspw ach der will jetzt hier runter an den channel oder was das passwort wüsste ich noch nicht mal zeichen mit drin ziehen mit elend ja noch mal um den Mieser der Gäuhr user was mit der guten Tag unter n 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 ne auf den Zeiger, du Zeiger. Alles Update hier, ey. Ein Update. 15 MB, gewaltig. Jetzt überschlagen wir uns und das Ding geht rum. Wir hätten uns auch allerdings hinten Fallschirme rausnehmen können vorher. Als ob ich wüsste, wie man den bedient. Wieso springt der so komisch nach vorne? Autohauber ist noch an. Autohauber an. Kotzt ja gleich auf den Schoß, Alter. Ja, geil. Das wiesig. So, jetzt müssen wir erstmal zum Flughafen nochmal. Dir Geld holen. Auch kein Geld, ich hab hier noch. Ja, aber du hast nichts auf der Hand. Nur 8000. Ja, da kommen wir nicht weit mit. Die Lizenz kostet 30.000. Gitt. Man kann so mal vernünftig fliegen, was treibst du? Ich drehe mich gerade in die richtige Richtung. Kannst du mal von zu meckern, ey, sonst kann es selber fliegen. Oh oh. Wenn man dabei rauskommt, dann haben wir es an ihr seht. Wie? Seid ihr wieder mit der Möwo unterwegs? Ne, ich hab hier die... Wie heißt das Ding in der Teist? Möhock? Wie? Vehicle, Trunk, äh Mohawk. Äh, so ein riesen Transport. Der Mohawk, Mohawk. Sagte ich gerade. Mohawk. Mohawk sagen wir mal so Mohawk Warhawk Intertort hab dein letztes Let's Play gesucht, hab's nicht gefunden ähm da könnte Daniel den, ne kann er nicht weil er ist mir zu faul, den Link geben von meinem Kanal, dann kannst du mich ja mal abonnieren, ne ja das kriegt ja eh nie, das hat er ja nicht dann brauch er ja nicht suchen sag mir einfach deinen Namen such einfach unter Network Gaming das wollten wir doch jetzt hier nicht laut sagen warum, wir nennen doch wie Youtube auf ja Werbung für den eigenen Kanal wojebsten so weit warum, die haben nur gehört, dass jemand gefragt hat und wenn Network Gaming nicht finde es muss in New Network Gaming eingehen Alter, halte mal den Rand, ey es gibt hier Schleudro, sie zu dann fliegt es mal aus Melee hier Guck mal, fängt schon die Tami an zu stöhnen da fängt Tami schon an zu stöhnen hier Yo Lighty da hast du den Kanal Kanal ne Tami macht's da auch Yo Lighty aber ist ja mal noch nie da würdest du mich verarschen oder was? du kriegst aber schon gute 300 ja, 310 315 320 noch, jetzt geht er wieder runter ey ja, komm steil nach unten, da schaffen wir bestimmt nur die 350 oh, 330 und dann schaffen wir von 330 auf 0 in weniger als einer Sekunde ja, dann hörst du nur die wie heißt das nicht, die Schallmauer ist die Brakemauer, die du durchbringst hörst du, ab oben so, mal abbreaken hier, Autohaufe an ich steig schon mal aus, bis gleich Falschum hole ich mir später na, nachträglich kannst du hinterher schmeißen ja zum zudecken würde mich ja doch schon interessieren, was er unten ankommt schmeiß ich ihn geöffnet runter in Falschum glaube so oder so, werde ich schneller sein ja stromlinienförmig wie mein astralförmiger Dingskörper Analkörper ist der längste Landeanflug, den ich hier gesehen hab ja, das Ding ist nicht grad so das schnellste ja, dann musst du dir mal mein Ding angucken boah, ja, doch wohl nur länger die Verpuffung, äh, Verpuffungsgefahr wir müssen langsam rubbeln finde ich gut, ey oh, zu schnell runter oah, yalla wie hat er 20 Meter überboden 20 Meter, du solltest echt mal deine Brille putzen alter, das waren locker 20 Meter ja, 10,5 Meter waren dann mit Sicherheit noch komm ich steig lieber aus, Junge ich geh raus aus dem Ding, das ist mir zu dämlich ja, dann geh mal da Geld holen wo? ja, da in den Terminal rein, guck doch auf Karte, du Lappen ja, ich komm mit geäugnet Karte wie ist ja eh die, wo ich bin ja, deswegen guck mal auf ja, das macht so Spaß hier ist keine Tür, da ist die Tür komm jetzt her hier ich bin doch schon lange da was willst du denn, Mann quatsch mir nicht voll ach, geh mir nicht auf den Sack wo jetzt? da boah, ruckel, ruckel, ruckel ach da ja, und das zum Thema Hightech-PC, weißt du ach, halt den Rand ruckel, ruckel wo liegt mir mal jetzt hier 30, was das ach, machen wir mal lieber 50 ja, du hast doch schon ein Geld auf der Hand du brauchst doch nur 15, äh 20 ja, nicht, dass wir nachher noch wieder irgendwas brauchen nee, du brauchst 30.000 hörst du mir eigentlich zu, du Lappen? gut, wenn ich 8.000 habe, dann nehm ich noch 22 dazu boah, nimm nur einfach 30.000 von dem Konto her du hast ja jetzt ein bisschen Feedback halt doch falls wir ein bisschen mehr brauchen wie lange brauchst du denn da? komm nur mal jetzt du bist ein Nappel, da steht X auf Deutsch abheben wo? oh, am Terminal, der Tasse drücken oder halt Mausrad drehen und drücken ach, ja stimmt, das war ja die Geschichte ach, Quatsch, Manny, voll ach, ey das ist so komplexe Spiele wie Diablo die funktionieren, weißt du was ist denn da komplex? Diablo, willst du mich jetzt verarschen? oh, ja, weil das von Tag und Nacht sucht ist, ist doch klar das ist ganz Kamikata hat ihm doll überwiesen oh, uuuuuh jetzt, ja, ich bin doch Nobel Nobel? du meinst du geizig? ach ja ja, fliege ruhig ohne mich ich starte doch nur die Rotor, ich wusste, dass jetzt ein Spruch kommt ja, fliege doch ohne mich, wenn du nicht mit mir spielen willst das ist eine Sache da doch ja, Sache da jedenfalls, Sache da doch das sag ich aber nicht na, traust dir nicht na, müsstest du es ja von alleine wissen oh, ha, ha, ha jetzt kloppen wir auch mal Dinger raus hier ach, das sind alle Dörfnungs für die spätere Beweisicherung beweis ich irgendwie draus geschnitten, ne da knackt erstmal am Mikro das war mein, äh, ach, wiss ich wohl nicht naja, ja, dein immanigeneres Genitalstückchen was knackt denn da? ist hier ne Knacker oder wat? Alter, das hört sich echt extrem kacke an ey, wer ist das? das ist Horny, Horny ist der da rum knackt ich kann ja mein, ich kann ja mein ich hab da so nen komischen Hebel gedacht jetzt ist Horny mal ultra leise aber, ne? ja, ist gleich angenehmer ach so, danke wie geil, heute ist ja hier, hier ist wat los ey boah, erstmal im Heli reinsetzen, da hör ich besser wie hier, ne? im Heli reinsetzen, dann hör ich besser ja, in Perspektive du Nappel warum mach ich auf ne Mod jetzt nu? was? ne, einfach nur auf den Server rauf gehen die 20.000 Schlaggeld abholen und, äh, ja ich weiß nicht, ob du das kennst nein oh, hab ich noch so nen Anfänger am Bein, ey ja, sag einfach mal erstmal, wenn du den Server erstmal gefunden hast wer ist der denn? äh, Co-Pilot? such einfach mal angepasst gib einfach bei Serverfilter angepasst ein und dann sollte da irgendein, dann sollte der relativ schnell auftauchen so hab ich ihn gefunden so hab ich ihn gefunden echt jetzt? ja ja, weil in dem Server Namen angepasst mit drin steht und das hat nur der V-Chained aber klein geschrieben, angepasst das kann man jetzt unbedingt nennen, ne? auf, äh, Krim warum dat? also, das war, das passt irgendwie das sollte, äh, wohl ein Sterz mit Dings ja, ich kann's aber nur nicht grad nicht einordnen, worauf das, das Grimm jetzt, das Grimm 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 Achso, ich hab Grimm jetzt Gustav verstanden, deswegen hab ich das nicht gepeilt jetzt chicos Ja, Horny redet wieder, als ob mal irgendwelche Euter Eiter Sachen im Mund hast du glaubst du verstehst du wieder nicht, ne? Euter? E î eiter eiter? Eiter euter ml wachte ich Cause es sind ja deine negotiate 1000. Ja, die du mir dann natürlich zurückbezahlst. Ja, einen Dollar hekt ja schon überwiesen. Ja, dann krieg ich noch, ne? Muss ich noch neu. Wie heißt denn jetzt der Server? Angepasst. Ja, wenn du angepasst da eingegeben hast bei Filter, sollte eigentlich nur der eine zu sehen sein. Für Filter? Nee. Nee. Eigentlich nicht. 100% ERP, angepasst, bla bla bla, irgendwie so was. Bist du denn da auftauchen? Bei mir ne rote Lampe dran. Wart du für ne rote Lampe? Horni verbindet. Horni verbunden, Horni getrennt. Seht jetzt wieder los. Hast du geupdated vorher? Ja, hat er doch gerade gemacht. Ja, hat er doch gerade gemacht. Direkt an, direkt pisset. Oh, 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 oh. Scheiße, ich hab ja noch die, äh... Ammo-Box. Ach, Cheater? Nein. Deine Ammo-Box. Neue Ammo-Box und so was. Virtuellen, ne, hier. Da geht's los, hier, ja, ja. Was machst du, tust du jetzt hier den Untergrund absuchen? Sag mal, willst du mich irgendwie pisset machen, oh, so what? Anpissen würde ich dich gerne mal. Bist voll fucket, ey. Was ist denn fucket? Fucket. Du Fick-Kopf. Nun, jetzt gehst du zu dem Typen, aber nicht Prozessen. Erst mit dem Mausrad scrollen, bis da steht irgendwas mit Lizenz. Ja, das ist mit Lizenz. Ja. Erst mal den Typen anstrollen. Wenst du denn das hast gecheckt, ey? Ich kann ihm nicht mal anstrollen. Du musst nur das Vorstellende Mausrad drehen. Ja, hab so schön. Nur das Mausrad. Das ist ein Arme, das wichtigste Werkzeug. Verarbeite Kokaine. Ach, schrecklich, ey. Wenn du spawnst, jetzt hab mal den Sabbel. Wenn Horni, ne, spawnt und fertig ist und Zivilisten reingegangen ist, spawnst du dann bei... Kriegst du ja eh alles ja auch nicht hin. Bei Kavala. Dann holen wir dich da irgendwie ab. Mit der Kavala. Dann lassen wir dich in den Seil runter, dann musst du hochklettern. Wir nehmen mal extra ein kurzes Seil, 150 Meter. Was schreibst du da? Tappelst da rum, wie so ein... Alter, lass mich doch. Nee. Sag mal, bist du übermüdet oder was? Ich bin überunterzuckert. Ja, du bist einfach nur chronisch untervögelt. So, somit ein Aufruf bei YouTube. Suche mollige, mollige, breite Frau, behaarte Achseln mit Zunge. Und chronische Käsefüße. Dem Namen Inge Koschinski. Genau. Abstammung, äh... Uzu-Uzu-Uzu-Uzu-Aelisch. Ja. Geschwisterpärchen sind die Eltern. Genau. Vorlieben. Wie ist das denn da eigentlich? Allgemeine Vorlieben, Sex mit Tieren. Magst du auf Minderheiten rumzuhacken? Toleranz-Aktivationen sollten sein, äh... ja... Der Daniel prallt gerne... egoistisch... Chronischen Mundgeruch... Das stimmt. Haare auf dem Rücken... Wenig. Veralterte Augen... Ab und zu... Wenn ich mit dir spiele, auf jeden Fall... nach rechts gekrümmten Penis... Das weiß ich. Wie es sündet? Äh... Hat mir Sorgen. Ja, wer sich darunter melden möchte, schreibt mir bitte eine Nachricht. Und ich lache jetzt, wenn ich in zwei Tagen gucke und der Postkasten ist voll. Ja. Nach innen gekrümmt. Nach innen und rechts gekrümmt. Genau, nach innen und rechts gekrümmt. Genau. Leicht scharf nach rechts. Ich möchte aber... Ich glaube, ich möchte kein Cop sein. Ja, kannst du auch gar nicht. Du gehst Zivilist und dann bei Kavala Sporn und dann drückst du M die Karte und dann treffen wir uns am... Dann suchst du dir erstmal... Ja, das ist gay. Nee, wir müssen dich equippen.